Gab es für Sie damals so eine Initialzündung, ein auslösendes Momentum, dass Sie gesagt haben, ich will Schauspieler werden? Oh ja, und zwar, ich war 14 und war der festen Überzeugung, dass ich im Kino mehr lerne über das Leben als in der Schule und war deshalb viel im Kino und dort ist der Entschluss gefallen. Und zwar ziemlich genau, also ganz genau in den Filmen kann man nicht mehr festmachen, sondern es waren so zwei, drei Filme, die so aus vollkommen verschiedenen Ecken kamen und vollkommen verschiedene, ein russischer, ein amerikanischer und noch ein russischer tatsächlich, aber ich war ja damals in der DDR. Aber es gab ganz, ganz tolle russische Filme und einer hieß Leuchte, mein Stern Leuchte und der hat tatsächlich, der hat mich so gekriegt irgendwie, dass ich gedacht habe, sowas will ich auch auslösen können.